Hello und alaaf zum Wetter am Rosenmontag von wetter.net. Das Orkan-Tief Ruzika, das hätte ja vielen Narren und Jecken jetzt die Tour vermiest, denn viele Rosenmontagszüge, die mussten abgesagt werden. In Mainz, aber auch im Ruhrgebiet, findet nichts statt und Düsseldorf hat sich nun heute früh auch dazu entschieden, den Rosenmontagszug abzublasen. In Köln findet das statt, aber nur unter strengen Auflagen. Da darf zum Beispiel von den Narren und Jecken kein Regenschirm mitgenommen werden. Das kann bei Sturmböen ganz schön gefährlich werden. Das Orkan-Tief Ruzika, das liegt heute hier über der Nordsee und seine Ausläufer beeinflussen uns heute eben kräftig. Vor allem das Sturmfeld, da ist im Westen eben mit stürmischem Wind zu rechnen. Teils in den Schauern und Gewittern auch schwere Sturmböen im Flachland nicht ganz ausgeschlossen. Also es wird wirklich gefährlich. Auf den Bergen weht der Wind sogar in Orkanstärke. An den Alpen ist es fönig, deswegen bleibt es hier auch am längsten freundlich. Mit bis zu 15 Grad hier an der Ostsee sind es 7 Grad. Ansonsten breitet sich von Westen eben Regen mit Schauern, teils auch einzelnen Gewittern weiter nach Osten aus. Am Dienstag bleibt es auch weiterhin ungemütlich, vor allem in der Mitte und im Süden weht der Wind weiterhin stürmisch. Dazu regnet es auch teils kräftig weiter im Norden, da zeigt sich vielleicht mal kurz die Sonne. Die Temperaturen liegen bei 5 bis 12 Grad. Am Mittwoch lässt der Wind deutlich nach, dazu wird es aber auch deutlich kühler mit 0 bis 7 Grad nur noch. Im Bergland wird es dann winterlich mit etwas Schnee. Im Flachland fällt meist Regen, dazu eher wenig Sonnenschein. Am Donnerstag werden ein bis 8 Grad erreicht. Die Niederschläge lassen insgesamt nach. In den Bergen gibt es auch noch etwas Schnee, sonst Regenschauer und dazwischen auch mal Sonnenschein. Mit diesen Aussichten wünsche ich allen Narren und Jecken noch schöne letzte Karnevalstage. Bis Mittwoch.